eine soße aus dem bratenfond im römer topf zu kochen ist total einfach die Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Dann mischt ihr Wasser und Stärke in gleichen Teilen an, zum Beispiel zwei Esslöffel Wasser und zwei Esslöffel Stärke. Die Stärke-Mischung gebt ihr dann unter Rühren in den Sud und kocht das Ganze noch einmal auf. Am Ende schmeckt ihr die Soße noch mit Salz und Pfeffer ab und dann könnt ihr sie direkt heiß servieren. Untertitelung des ZDF, 2020